Oh, beim Besseren am Krieg. Ähm, Kassel. Mittelalter, wo sie Bogen belagert haben. Hunger, Armut und alles. Fällt mir mein Onkel ein, der in Sibirien gestorben ist bei der Belagerung. Nee, also, nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es jetzt nicht möglich ist, weil wir keine Städte verbinden. Ja, ich glaube eher nicht. Eher nicht. Ich glaube eher nicht. Das ist nichts Neues, im Gegenteil, das kann man jedem Kriegshandbuch nachlesen. Ich denke, der Mensch hat sich nicht geändert. Der macht den gleichen Scheiß wie vor 50 Jahren und vor 200 und 300 Jahren. Städte und Gebiete in Syrien werden von allen Kriegsparteien belagert, die teilweise seit Jahren ohne Lebensmittellieferungen auskommen müssen. Gemeinsam mit The Syria Campaign führt Adopt a Revolution die Kampagne Break the Sieges durch. Wir fordern die Verantwortlichen bei der UN auf, endlich zu handeln, um Lebensmittellieferungen in die belagerten Gebiete zu bringen. Das müssen sie endlich tun. Ihr könnt das unterstützen. Ihr könnt dazu beitragen, den Menschen in Syrien in den belagerten Gebieten zu helfen. Auf BreakTheSieges.org habt ihr die Möglichkeit, eine Petition an die UN zu unterzeichnen, um endlich zu handeln. Geht auf BreakTheSieges.org, unterzeichnet die Petition, um den Menschen in Syrien wirklich effektiv zu helfen. recomers, damit das nicht mehrfach und andere nach чего. Da geht es um zu lassen.